Oh. Was? Hans Showdown hat angefangen. Ja, da bin ich gemerkt. Das ist... Ne. Wenn dieser Sound kommt, dann fängt Hans Showdown an. Echt? Wenn so ein Sound kommt, dann fängt Hans Showdown an. Und ich hab gedacht, er hat eben meine Soundkarte kaputt. Aber okay, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mit dem einen hier. Mit dem da. Und den anderen einmal. Verstehe ich nicht. Der hier. Der läuft immer weg. Also, ich versuche ihn mal zu pingen, aber dieses Mal läuft er weg. Ja, du triffst ja auch nie. Obwohl das so ein riesen Hintern ist. Was? So schlecht bist du. Du bist schlecht. Was denn? Hast du selbst in der ersten Folge schon zugegeben? Oh, ein Raben. Mhm. Komm schon, jetzt renn rein. Der macht ja nix. Nimm dir mal hier lang, ne? Guck mal hier lang. Oh, ich hab ein Leck. Was soll das denn? Guck mal, ich kann schießen. Gehen wir jetzt heile wohl. Na, man lacht auch heiß. Nö, ich bin nicht. Nö, ich hab noch ein paar andere. Äääh. Mach also eine mal. Oh, ich hab noch ein paar Hinweise. Oh, ich hab noch ein paar Hinweise. Ich hab noch ein paar Hinweise. Oh, ich hab noch ein paar Hinweise. Oh, in die gehen wir nicht die an. Ach, war immer nicht mehr laut. Schön leise. Mhm. Achso. Schön leise heißt nicht, nicht zu bewegen. Ja, genau. Du rennst los. Nicht schön leise. Nicht bewegen. Ja, aber wo darf ich denn nicht mehr rennen? Die spinnen doch, die blöden Hunde, ey. Echt, die holen wir. Ich hab ja gar nicht mal aus Hüfte Schieße. Ach was? Auf Hüfte Schieße. Du hast gar keine Hüfte zum Schießen. Nö. Was ist das denn? Hi. Aber ein riesen Arsch. Ähm. Die Hunde waren wir jetzt aber nicht, ne? So hunde man auch noch. Nö, das sind Gegner. Da sind schon Gegner. Lass die Gegner Gegner sein. Na ja, klar. Muss ich mir was sagen. Nee, nicht zu machen. Nicht zu machen. No. Die werd ich so verarschen. Ja. Die werden ihnen Enkel noch davon erzählen. Oh, die kommen. Die kommen. Sind die schon hier? Mhm. Die haben wir halt geschlagen drunter von der Tür. Ich weiß nicht, ob die jetzt von da kommen. Ja. Ich glaube die kommen von da. Ja. So. Und der nächste. Ich wär leiser geworden. Oh, der andere kommt raus. Und dann können wir das machen. Mit zwei FPS. Da kommt wer. Ja. Zogen noch kurz andere Position. Bist du wen? Ja, ja. Der stand da. Wo siehst du den? Immer noch da. Dahinter? Nee, der kommt von links. Linke Seite ist ja. Wo ist der? Der ist hier. Das sind andere. Ach so. Alter. Ich liege aber sicher, wenn du schnell kommst. Ja klar. Du bist wieder weit oben, ne? Ach, Gotax, ey. Was? Ich bin aber sicher. Dann brauchst du nicht mehr. Dann bin ich nicht mehr sicher. Wenn du so lange brauchst. Du bist ja am Arsch der Welt, ey. Wie viel hast du hier? Was? Wie viel hast du hier geholt? Einen nur. Den anderen hab ich angeschossen. Der wollte unter den Gitter durchrennen. Wo ich die Falle ausgelegt hab. Dabei ist er auch. Was gesagt hat von hinten? Welche kommen? Hab ich doch gesagt. Da kommen andere von hinten. Und das, was du gesehen hast, war ein anderer. Hab ich gesagt. Wow. Das Licht hätte. Würdest du auf das Licht ziehen können. Hör mal. Was ist mit dem Zombie, Alter? Ja, hab ich auch gesehen. Mach, mach die mal zu. Ne, kämpf von oben. Mach hier zu. Oh. Ich hab doch nicht die Heilung durchgebracht. Na klar. Das ist auch mal gekommen. Blöd. Das sah aber eben auch gar nicht so richtig aus. Deswegen hab ich eben gezögert bei dem einen. Das sah eben gar nicht aus wie ein... Wie ein Gegner. Wie ein... Ja, weil der ist da vorbeigelaufen und hat dann durch diese Gittertür geguckt. Und... Aber das war bitte so von außen irgendwie noch neben dem Fenster. Deswegen war ich mir unsicher, ob das einer war. Na klar. Na klar. Okay. Ich hab gesagt, jetzt höre ich nicht mehr, wenn einer kommt. Jetzt fangen die auch damit an? Ist das so ein neues Ding? Da gerade zu. Sind sie sicher? Ja, da war eben einer. Komm dir jetzt hier in den O-Bahn. Ähm. Hat er schon aufgemacht? Ist noch ein Team, ne? Na klar. Mal noch ein paar Teams. Ja, dann steil ich mich zu dir. Krass. Aber dahinter war auf jeden Fall noch einer, wo ich dir gesagt hab. Ja. Naja. Aber ich glaub die... Von der Sonne, dass die grad gestorben ist. Komm ich denn jetzt hier sicher runter, leise. Weil man was sehen könnte bei dem Nebel. Ne, ich wollte grad sagen, das hieß richtig gut, ne? Alter. Können wir was einlassen. Aber das ist auch mal ganz gut, wenn so viele schießen. Da! So. Wie viel Au? Da war eine rote Tonne da. Ja, warte. Lass ihn looten. Komm auch rein. Gut. Da brennt jemand. Das war der, der, äh, der da durchgerannt ist. Ich glaube sogar, der mich erschossen hat. Können wir mal gucken. Ne. So ein Dude hat mich erschossen. Das war der, auf den ich geschossen hatte. Ja, ich hör da unten irgendwo. Ah! Oh! Da muss er mal los. Da weiß er wo ich bin. Oh! Na klar. Okay, ist gar nicht aufgefallen. Kann der jetzt rein. Ja, ich weiß. Hat ihn geholt. Ja, ich weiß. Ich hab ein Problem. Du hast jemanden geholt, oder? Ja. Dahinter. Da drüber. Na mit. Darüber. Darüber. Ja, ich weiß da nicht wo. Ja, egal. Da ist doch was. Ja, ich muss erstmal Dynamit finden. Ja, in deiner Hand. Oh Gott. Verarsch mich. Du Kacknüten. Ich will nicht mehr. Ach, Anzug. Ich kann's nicht am Arsch setzen. Hm. Der holt ihn gerade. Der holt ihn gerade. Ja, ich weiß. Ich seh halt nix. Hab sie zumindest getroffen. Komm von außen. Komm von hier. Ich hab nichts mehr zu meilen. Komm von außen. Komm. Na. Bist du doof? Der steht ja mit am Kopf. Ich hab' den linken Kopf. Was ist ja heilig? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Ich muss Heilung finden. Oh, hier oben ist Heilung. Heil ich nochmal. Ja, der holt ihn doch. Die hab ich schon genommen. Alter. Nee, ich bin noch nicht. Ich bin gleich Heilung. Wenn ich das überlebe. Ich bin froh. Ja klar. Hat einen Hit Die ist tot Der hat die andere Stelle auch noch draus neben mir rum Wo ist der? Ja man, nur wegen deinem scheiß markieren gerade Warum mache ich das denn? Warum kriege ich das noch markieren? Aber ich habe eine Million Mal daneben geschossen Ich freue mich jetzt Ist irgendwas zu werfen Dynamit, schmeiß da hin, egal Da ist er Lädt sie hoch Ach, der ist hinten Sag mal, du musst deine Kopfhörer mal wieder anmachen Ich muss doch mal treffen Ja, das stimmt Ich muss treffen Aber du hörst nichts mehr Was ist denn los? Wo ist der? Alter, wie viel hältst du denn aus? Endlich Schön Hallo, Ausdruck, Kollege Alter Schwede, ey Sehr schön gemacht Aber es ist echt krass Du musst mal wieder gucken Irgendwas sind mit deinem Kopfhörer Aber ich habe ganz ehrlich gedacht Der Rett hier schon irgendwie hoch Fast Weil er sich so nah angehört hatte Ja, aber du hast immer Vorsicht, halt, halt, halt Ja, ja, sehe ich gerade Bliefen Die anderen eigentlich schon noch raus? Ja Ich glaube, ich habe noch nicht mitbekommen Dass die gebändischt haben Ey, ich habe eine Milliarde Mal von da oben daneben geschossen Also mit dem Scope, das Ding geht schon Boah, okay, ähm Also nur, wenn wir irgendwie Zeit haben Ja, richtig Kennt man in dem Spiel Also wir brauchen immer so viel Zeit, aber auch Also wenn nicht gerade den Gegner mit der Taschenlampe entgegenkommen Hast du nicht wirklich viel Zeit Die Bell, Uppercut Wollte ich auch immer das bei haben Wie viel liegen die eigentlich rum? Das war der einzige, den ich ja gemacht habe Nee, da sind ja auch noch welche drin Boah, weiß Es klang zumindest so, aber ich glaube, das war's Nee, aber wieso? Ich weiß nicht, ob die sich noch neu geholt hatten Ich habe ja auch noch welche hier vorne geholt Hier liegt auch noch jemand, wollte ich das sagen Weil es so ein bisschen ausgebrannt wird Hier liegt auch noch jemand Das waren das wirklich drei Teams Ja Ja So, da können wir ja nächsten Hinweis jetzt holen So, weiter Also, wo sind wir stehen? Junge war das Ja, aber da kriegt man halt jedes Mal zu viel Wenn du die Leute dann schon mal auf der richtigen Seite hörst Und man guckt zu und sieht dann einmal in eine andere Richtung gucken Ja, ich weiß Ich höre so, irgendwie nicht mehr so richtig Also Muss man zum Anno Wo hast denn dein Ohrstöpsel drin? Das sieht so aus Ach toll Ja, dein Monik war Beide sollten Äh, ach nee, das war ein unterer Ich kann nichts mehr mit mir Oh So Ja, dann Fangen wir weiter Aber ich würde sagen, maximal könnten nur noch zwei Teams bleiben Bei einem Team Ja Wenn die nicht von einem anderen Fight gestorben sind Dann leben sie noch heute Wahrscheinlich Und ruckeln sich durchs Spiel Mann Ah, okay Aber ich habe nichts gehört Echt nicht? Kann man ja weitermachen Ich habe nichts gehört Na klar Wollt ihr es hier noch vorher vorher Kohle? Was? Hm? Nee Okay Ja, dann So, ich habe da noch Mach das mal von hier Okay, ich habe noch ein paar Dinger zu verteilen Los, kommen sie da runter B, der kommt gleich auch noch an Klar Hm Boah, spring doch raus Bin ich ohne Bin ich? Na klar, wenn du durch das Scheiß teil Kannst du dir ja nie ausdenken Ich habe leider nichts sinnvolles Wow, du hast ja richtig Hä, wie hat spinnen die das denn so weit überlebt Hat die ein Schutzschild? Ich habe da noch an den Kopf geworfen Ja, ich weiß nicht, ich habe da noch an den Kopf geworfen Geil Geil Das macht ja Spaß Da kommt ja richtig Stimmung auf Da kommt ja Stimmung aus dem Schlipper Boah, richtiger Du brauchst mich nicht versuchen anzuspielen, Spinni Kannst aber mal richtig schön klicken Hä, komm Spinni, räum mal von oben Na klar Spinni Na klar, Spinni Na klar, Spinni Bin ich immer da zur Treppe Habe ich den Ernst? Habe ich den wenigsten getroffen? Oh, oh Ne, 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 ne Fick dich, Gotax Fick dich, Fick dich, Fick dich Gotax? Gottax Fick dich, Mann Fick dich Fick dich Ist jetzt in der Falle? Sind die Gegner? Die hat nichts abgekommen Ohne Scheiß Ne, was denn Wenn du die selber in den Luft jagst Ja, ich stand ein bisschen nah dran Aber das war mir dann egal Hauptsache Spinni ist endlich mal tot Mhm Ich dachte, das kann doch nicht sein Die muss doch noch mal sterben Aber schon Ich hab der Spinni vorhin Das Stachel, äh, das Die Bombe dran geklebt Und Da hat sie ein Viertel abgezogen Oder so Ich weiß nicht, warum die diesmal so viel aussieht Ja, bei mir zieht's halt immer alles an Ja klar, zieht es das Bei mir schon Dann geht bei mir hoch, bin ich boh Die Ich hab das Ich hab das Ich hab das Ich laufe weiter, weil ich es kann. Bam, bam, bam. Dam, 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 dam. Sie haben so den Ballermann hier kreiert. Das ist schon ein bisschen, ne? Ja. Macht der Jochen doch auch immer. Bist mir gut drauf, euch. Ich bin gut drauf. Oh je, ich muss los. Los. Geh in das Gesticke, da Versticke, Stickungsding, Sticke. Da hast du deine Sockenecken geworfen. Na, stick da jetzt rein. Geh. Hast du deine Sockenecken geworfen? Oh, ich hab ne Kerze voll. Hm, darf ich dran lecken? Na, warte, ich mach's dir vorher an. Meine Güte, ey. Ich spiel heute aber auch ein komisches Zeug zusammen. Ja. Heute gut. Heute. Wechsel selber. Ey. Gott, jetzt. Was? Buh. Ah. Ah. Warte. Sorry. Ah. Weißt du, was ich immer noch nicht verstehe? Jetzt bist du. Weißt du, was ich immer noch nicht verstehe? Jetzt bist du. Es sieht eigentlich schon alles ziemlich geil aus, aber wenn man so dicht gegenüber steht, dann sehen die Figuren doch noch ziemlich beschissen aus, oder? Sie können es noch mal ein bisschen schicker machen. Ey, aber sie fühlt sich schon nicht schlecht. Ich finde immer schön, wenn du deinen Kopf hochhebst dann, wenn ich näher komm. Steh mal auf. Warte, bewegt man nicht den Kopf. Ist er? Na klar. Tja, das war schön. Wow. Wunderschön. Was war alles von deinem eine passiert? Mhm. War ich nicht. Es ist Feuer. Feuer. Denn das ist teuer. Ein drücken. Ein ungeheuer. Ein ungeheuer. Geht die Fenster rüber auf. Ein bisschen durchdruft. Ist da ein MoBak drin, ey… Oh, ich hab was gefunden. Um hin und durch. Die ist zur… Da waren wieder die, die größten Gegner waren mal wieder selbst, ne? Oh, ich hab dünner Mieter, schweiß ich mir sie wieder selber vor die Füße. Da waren auch Zeiten, als du den Gegner geholt hast. Lange ist ja doch, die eine, ich glaube, das gehörte zu den Ja, klar. Zu dem was? Zu den Glorreichen? Zu den Glorreichen, genau, die drei Glorreichen sechs, glaube ich. Das ist der Glorreich. Oh, Wasserspaß. Ich weiß. Na ja, was war es mit vollzüglichen? Was soll ich ihm gesagt? Wasserspaß. Oh, ist der Wasserspaß. Hallo? Zu den Metti, wenn nicht schlecht. Klaaar. Ich loote. Achso, soll ich nochmal gucken? Ja, guck, du machst. Aber ich mein, wir kennen es ja, ne? Also manchmal, da machen wir zwei Bosse, ganz gemütlich. Und die anderen haben, wir laufen noch eine halbe Stunde über die Map und dann irgendwann schießt dann einer auf einen. Oh, ich wollte nur mal nachhören. Oh, alle. Was machst du denn noch? Achso, jetzt bin ich aber eigentlich gleich tot. Echt, hier vorne ist ein Doktor. Haben. Wollt an die Munition zum Blutdruck fahren. Aber hier ist Muni. Äh, äh. Wo ist der Doktor? Äh, ähnlich. Da habe ich gerade markiert, glaube ich. Die Muni. Da habe ich die markiert. Achso, die Muni ist der Doktor. Mhm. Danke. Gerne. Bringt aber leider nichts beim Farmen. Farmen, schmarmen. Na klar. Ja, du darfst nicht so lange ziehen. Du musst irgendwann auch schießen. Achso, ja. Ich wollte den Vortritt lassen. Das ist der Trick dabei. Mhm. Ja, ist das der Trick. Hau ab. Ähm, was denn? Schon gedacht, ich merke das nicht, wa? Du merkst was nicht? Wer bist denn jetzt so? Ja, ja. Was denn? Du schuff die Letter. Mhm, na ja. Warte, wieder Werbung hier. Was für Werbung. Ist ja kein, ist das jetzt mal kein Metting mehr? Naja, muss auch. Ey, ich habe nur drei Schoße. Jetzt habe ich einen verschwendet, du Penner. Man muss auch zielen, ne? Lass dich so lange. Hab getroffen. Naja. Warum sollte es noch über 500 Folgen am Anfang? Weil ich lange nicht mehr so schlecht bin wie früher. Ich weiß. Du bist immer noch viel schlechter. Niemals. Oh Gott, mach nicht sowas. Mach nicht sowas? Ja, wo macht das denn? Ja, wo macht das denn? Ja, wo macht das denn? Oh Gott. Wo macht das denn? Hast mich sogar noch getroffen. Ja, du auch. Echt? Wie planen dir gefehlt? Ich glaube, ich habe 1 AP dazubekommen. Was mitlehrt. Ich war bei 151. So. Du hast nicht so gesagt. Mir ist aufgefallen, ich habe ganz oft so gesagt bei meinen Let's Plays. 5 hätte man da mitrechnen können. Hättest du da mitrechnen können? Warte. Mit 5? Was kann man denn alles mit 5 rechnen? Ja, mit 5 kann man ganz schön viel rechnen. Was? Ich habe... Was? Ich habe doch einen getroffen. Na klar. Na, konnte man da mitrechnen. Was? Na, kannst du ganz schön viel mitrechnen, ne? Ja, wenn man 5 Kills gemacht hat, kann man damit viel rechnen. Dann hast du mir auch weggesnackt den einen. Ich habe den weggesnackt. Als du tot am Boden lagst, oder wenn... Du bist ja ein Penner, ey. Was denn? Welchen... Du kannst mal mitmachen. Nö. Nö. Meint nicht. Doch, kannst du wohl. Meint nicht, ne? Ich drehe mich jetzt beleidigt um. Nö. Nö. Guckst du nicht. Guck da vorne hin, wo der Schatten ist. Nö. Doch, mach ich. Doch. Okay, jetzt. So. Tja, guckst du selber doof, ne? Bis zum nächsten Mal, ne? Ne, zur Hand showdown. Liken und kommentieren und abonnieren und Glöckchen natürlich nicht vergessen. Tschüss. Ja, das wissen Sie. Habe ich denen doch bei mir auch schon einen gesagt. Hast du? Ja. Hast du nicht. Doch. Hast du nicht. Doch. Okay, dann können wir ja... Dann wisst du ja Bescheid. Okay. Tschüss. Tschüss. Die glauben das auch, die Vollidioten. Oh, äh. Tschüss. Tschüss. Habt ihr noch gesagt, warte erst, bis ich die Aufnahme aushab? Ja, sorry. Mann. Oh. Ah. 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 Vielen Dank.